3, 2, 1. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bausimulator. Ja wie ihr seht bin ich heute nicht alleine, ich habe noch einen Special Guest. Und zwar den Airboss. Moin Moin. So, wir sind beim letzten Mal dabei stehen geblieben, dass wir hier Abwasserrohre geholt haben und die jetzt zur Baustellung bringen müssen. So, Airboss am besten, du schnappst dir da hinten einmal den Galo-Stapler. Ja. Hinter der anderen Seite, hier hinten. So. Guck mal, ich muss schnell mit dem hier. Ach, Airboss. Es ist ja die Sonntags-Folge. Und das ist ja auch die Special-Folge, das heißt 25 Folgen Bausimulator. Und Max wird 14. Hey, endlich strafmündig. So. Airboss, willst du fahren? Nee, fahr du mal. Ich fahr schon immer. Für nur, das kannst auch du fahren. Und du musst zeigen, wie gut du bist auf den Bock. Ja, dann fahr ich. Zuschauer wissen ja, wie ich fahr. Scheiße. Ach so, ich fahr was. Scheiße sagt man ja nicht, das macht man. Scheiße. Sä il characterization. Ja. Ja. Vielleicht müssen wir nochmal baggern. Es ist Gerüche über rote Ampel vorhanden. Es war die Händbremse. Hast du überhaupt vorhanden? Ja. Ja. Ich sehe es schon. Neue Ausschreibung. Ja. 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 Und du erstmal. Ja. 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 Wo kommst du die? Warte. Ah, ich hab sie. Ah, ich hab sie. Wo ist die denn an ihr Hände? Möchtest du baggarden? Können auch wir beide machen. Von mir aus kommst du auch zusammen. Haben doch zwei Bagger. Ja. Ich hab das Treffer. Schau, wir würden gegen die geht. Oh Gott, es wird auch was er hier. Ah. Oh Gott! Wo wollte der denn mich hier hinbringen? Ah, hab ich eben auch. Hallo Nachbarn. Ich freu dich doch ein bisschen mit frischer Erde. Hm. Aber vielleicht müsste es ja noch mal weh, dunkel. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020